herzlich willkommen zurück zu modern warfare 2 ich würde sagen wir suchen uns einen schönen modus raus und dann gehen wir da rein ich würde mal sagen wir probieren mal hardcore shipment 24 7 da dann jeder kaum leben hat müsste ja jeder treffer eigentlich ein sofortiger kill sein wenn ich das richtig verstanden hatte von dem modus hier die beschreibung von hardcore wäre auf jeden fall cool war bei jedem schuss ein kill dann hast du nicht keine assistance mehr sondern dann auf jeden fall ein kill und dementsprechend hast du dann auch wie sind hier die level sehen egal dann hast du dementsprechend halt bedeutend mehr kills so ist zumindestens mein plan und vielleicht ja weiß nicht kriegt man oft mehr ep keine ahnung wir werden das auf jeden fall gleich sehen wir probieren es einfach was soll passieren wird das schlimmste was passieren könnte wäre dass wir durchgehend nur sterben aber den ein oder anderen kill werden wir ja wohl machen so schauen wir noch mal vorher bevor das jetzt endlich mal lädt weil es braucht gerade eine ewigkeit sniper 33 von 50 also sniper mp handfeuerwaffe kampfgewehr und lmgs lmg ist nicht so zügig beim ziehen ich denke die anderen sind ein wir war hardcore sonst kampfgewehr mps ja pistole ich würde sagen mp und pistole wäre gar keine schlechte idee die hier die macht zwar ab und zu mal spaß aber ich ich denke das war die richtige einstellung für unsere kurzwaffe team deathmatch auf shipment und zwar im hardcore modus ich bin echt gespannt wow wir haben keine anzeigen und nichts wir sind in führung fach ich dachte das werden feind ey alter war der schnell ja moin meister ey hier kannst du super mit der pistole arbeiten es macht richtig bock das ist jetzt hier eine ecke ganz widerlich nachladen von hinten da haben wir waren zu lange an einem punkt dementsprechend kürzlich könnte der feind feind uns finden scheiße der hat mich jetzt tatsächlich überrascht das ist jetzt hier in führung gegangen einer weniger Ah, da legt sich die ganze Zeit jemand auf den Boden. Schmutz, Alter. Dadam, daneben. Verdammt. Oh, ganz hinten, ja, der hat uns richtig weggemacht. Oh, der hat uns gerade eben, glaube ich, unzerwischt, ne? Das war wirklich knapp. Ah, verdammt. Ja, da ist nicht gut. Ah, Deckung. Medizinische Versorgung. Er läuft gar nicht mal so schlecht gerade. Ah, finden wir Abschuss der Rähne. Oh, 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 shit. Friendly Fire ist an. Ah, dieses Dreckskind, was sich da die ganze Zeit auf den Boden legt, ne? Ich habe es gehört, aber ich war nicht schnell genug. Nein, nein, nein. Ich habe es gehört. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Fuck. 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 Die Ränder voll! Weichertum! Ist egal, das Ding liegt und das Ding sprengt Und es war ein Kill Ey, wir haben 45 von 150 gemacht Ey, wir haben einen Großteil Der Kills von unserem Team gemacht Und wir haben Siegerungen In der ersten Hardcore-Runde, die wir jetzt hier gespielt haben Gefällt mir Alter, wir haben eine fucking KD von 2,14 2,14 Junge, Junge Ey, mir gefällt der Modus besser als das normale, finde ich sogar Tatsächlich Im Normalen hast du so viele Assistants Hier, Junge, 2, 3 Schuss und du hast einen Kill Schön, Waffentarnung freigeschaltet Und Level 150, damit Prestige 3 Sehr schön Auch hier konnten wir einen schönen Fortschritt verzeichnen Das gefällt mir noch So muss das sein So, dann gehen wir mal Wir können ja nur eben hier reinschauen Ah, Fortschritt Hier, ab 200 gibt es dann die nächste Ebene Hier Prestige 4 Und dann geht das immer weiter und weiter Ja, alles klar Wie sieht das jetzt hier aus mit der Statistik Ja, ein bisschen hier gesunken Aber 0,99 ist okay Das ist nicht schön, aber okay So Achso, wir wollten mal Events reingucken Ja, guck mal, 77, ne Also es hat auch wirklich was gebracht Vor allem hier bei den Pistolen Also für Pistolen ist das einfach zu geil Hätte ich das vorher gewusst, ne Vielleicht auch Kampfgewehre wäre vielleicht auch noch eine Option Oder LMGs Ich glaube, wir waren jetzt nur noch auf Hardcore Warum auch nicht, ne Oh, da hat er eine Verbrennung am Unterarm Sieht so aus, ne Der Operator Ey, wie in dem Scheißschild Ich wollte ihn eigentlich finishen, ne Aber es ging einfach nicht wie in diesem Kackschild Oh, shit Ja, ey, komm, der ist reingerannt Er ist da wirklich reingerannt Der war ein Feind Wäre da keiner gewesen, okay Aber Das darf mir jetzt nur nicht nochmal passieren Obwohl, das ist der Modus, ne Aber ich glaube nicht, dass man deswegen aus dem Modus rausfliegen kann Oha Der war aber gerade da am Rutschen, du Verbündeter Vito im Anflug Blattens 35, ja Shit, war ein guter Versuch, denke ich Aber hat leider nicht funktioniert Das konnte nicht hinhauen Oh, fuck Ich hab mich selber Achso, Teambeschuss wird nicht toleriert Okay Dadurch werde ich dann selber Oh, dadurch schüttet mich das Spiel dann Interessant Na, zu weit links Da-dum Da-dum Ah, hinten auf der Kiste, ja Ah, stimmt Samtex ist Haftgranate Keine Höh Lol Ja, da lohnt sich doch eigentlich hier ein Schild Weil, da können sich, äh, können deine Mates sich von hinten nicht, äh, killen, ne Das schützt sich dann hier von So ein bisschen noch Alter, auf die Distanz Ist egal Ah, der wäre weitergelaufen, wäre er an der Wand Weggesprengt worden So, das hat aber nicht funktioniert Fuck Lass ihn doch einfach kommen Da liegen Minen Da liegen einfach fucking Minen Genau die meine ich Und die meine ich What? Mann Fuck Jetzt werde ich die ganze Zeit nur für den Seiten weggeschossen Fuck Mann, der ist mir reingelaufen Ich wurde getötet Sollen das Was für ein Übergott soll ich denn sein mit meinem Aim, Alter Dass ich genau dann aufhör zu schießen, wenn der Kollege kommt Ja, Mates halt reingelaufen, ne Da war, ja Was? Unser, achso, unser Mate hat mich gekillt Okay, äh Passiert auch, ne Das war hier gerade nicht so oft, aber passiert Scheiße, ich wollte ihn, äh, wegknüppeln Ich dachte, der wäre afghan Wäre zu schütten gewesen Ich erobert Bravo Er ist weiß, erobert Alpha Wir haben Alpha verloren Bravo wird gesichert Alpha wird gesichert Bravo Subtanks Zielobjekt Bravo wird gesichert Wir verlieren Charlie Wir kontrollieren Alpha Wir kontrollieren Alpha Verbünde Tempole hinter dem Überlegst Wir verlieren Alpha Achso, wer ist gesichert Zielobjekt Alpha ist kompromissiert Bravo wird gesichert Bravo 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 Ich bin Charlie Oh, oh, oh. Ich hab gar nichts mehr gesehen. Blöd gelaufen. Genau da, wenn ich weggucke, ne, dann kommen die. Der Feind hat ein Flugzeug. Ich hab's gerade erkannt und dann war ich schon tot. Ich hab's gerade erkannt. Ich hab's gerade erkannt. Ja, 117 zu 200 verloren, leider. 36 Abschlüsse, 6 Eroberungen. Ich hab's gerade erkannt. So, sehr schön, schöne Runde. Hier sind wir auch wieder ein Stückchen weitergekommen. Vor allem hier, ne, noch zwei hier. Und 15 Abschlüsse hier. Dann haben wir direkt wieder zwei Sachen durch. Sehr schön. Also, noch eine Runde, würde ich sagen. Da haben wir auf jeden Fall zumindest schon mal die Pistole durch. Und, na, 15 Abschlüsse sollte eigentlich auch die MP hinkommen. Das sollte hinhauen, dass wir das auch hinkriegen. Also, noch eine Runde, die Pistole, die Pistole, die Pistole und die Pistole. Doppelte EP. Doppelte Waffen EP. Doppelte Battle Pass EP. Doppelte Waffen EPB. So, machen wir eben die zwei Kopfschüsse. Fertig noch einer. Damit haben wir es. Jeden Moment sollte... Genau, da kommt es schon. 30 Abschlüsse. Bestätigung davon. Ah, Granate. Shit, 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 shit. Ja, Schild. Aber was er einfach für Reflexe hat, die schnell er das Schild ziehen konnte, ne? Unfassbar. Unfassbar. So, dann bleiben wir jetzt eher mehr so ein bisschen auf mittlere Distanz. Oh, shit. Okay, ja gut, das ist kurze. Das ist aber auch mein Fehler. Kopfschuß. Den haben wir weggemacht. Na, Hauptsache, wir kriegen hier unsere Kopfschüsse hin. Der Rest ist erstmal relativ egal. Aufschluss bestätigt. ja aber perfekt eigentlich direkter treffer mit der granate in der haftgranate macht ihn rund oh shit geschützt bin voll auf dem geschützt zugerankt in deckung schlag in deckung online Ja, wir haben die Mission zur Hälfte geschafft. Ich wollte es gerade rausschmeißen und dann auf der anderen Seite des Containers wieder rausrennen. Ja, ist die Schlimme, ich bin ja reingeraten, ich bin selber schuld. So ist es halt, ne. Ah, shit. Den einen haben wir. Haben wir. Sehr schön. Mit der Waffe, ey, hier levelst du so unfassbar schnell. Fuck! Ich bin der Kante hängen geblieben. Ja gut, okay. Das wird jetzt nicht so geplant. Ich bin der Kante hängen geblieben. Shit. Abschuss bestätigt. Jo. 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 Jungs, was soll das denn? Lasst mich doch mal ein paar Sekunden leben. Jo. 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 Jo, der Kippen daneben. Aber wir sind schon verdammt weit oben eigentlich. Mein Gott, sind wir langsam geworden. Alter, egal wie ich mich bewege, immer kriegen die mit. Tja, 26 Abschlüsse, 32 bestätigt. Von den Punkten sind wir Zweiter, von den Kills leider nicht. Und bei dem Rest haben wir jetzt auch keine so besondere Leistung so auf den ersten Blick gemacht. Aber wir haben einen Battle Pass-Punkt. Und wir haben den Battle Pass-Tocken freigeschaltet. Das ist sehr gut und einen ordentlichen Fortschritt, muss man sagen. Das haben wir auch noch mit einer Pistole, 30 Abschlüsse haben wir auch hinbekommen. Wir müssten jetzt auch theoretisch relativ nah daran sein, auch bei der Maschinenpistole diesen Auftrag abzuschließen. Schauen wir schnell rein. Aber erst springen wir hier nochmal raus. So, schauen wir mal rein. Ja, wie man es sieht, halt sieben Stück noch. Das andere hatten wir hier erledigt. Da sehen wir es einmal. Das haben wir jetzt freigeschaltet. Am Beispiel für den X12. Genau. So, jetzt fehlt noch die MP. Sieben Stück. Und dann LMG, Scharfschützengewehr und Kampfgewehr. Aber erst gehen wir nochmal in den Battle Pass und holen uns hier unsere Kampflintern. So, das haben wir also dann auch. Wieder ein Sektor beansprucht und erledigt. Wir haben jetzt hier immerhin 67% bereits. Das ist, denke ich, gar nicht mal so schlecht. Gut, ich würde sagen, das war's für diese Folge und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hier bei Modern Warfare 2 wieder. Das ist, denke ich, gar nicht mal so schlecht. оф 2. 1.